Ja, das ist unsere Uschi. Uschi ist etwas rund und Uschi frisst gerne. Sie stammt aus einem privaten Haushalt. Leider ist die Besitzerin verstorben. Und die Erben haben sich zwar um die Uschi gekümmert, dass sie wieder ein anderes Zuhause bekommt. Das hat nicht geklappt. Und dann hat man uns eingeschaltet und gefragt, ob wir uns der Uschi annehmen. Ja, und dann haben wir natürlich die Uschi zu uns geholt. Und seitdem, ungefähr seit einem guten Jahr, ist Uschi bei uns. Ja, nun suchen wir ganz dringend ein neues Zuhause für sie. Sie fühlt sich zwar hier nicht unwohl, aber sie hätte doch gerne wieder ein gemütliches Zuhause mit einem Ehepaar oder mit einer einzelnen Person. Kinder würden wir nicht so sehr empfehlen, da Uschi doch noch ein bisschen ängstlich ist. Und insofern braucht sie es gemütlich und warm. Man kann mit Uschi jetzt noch nicht schmusen, aber wenn man die nötige Geduld aufbringt, dann könnte ich meinen, dass wir in zwei, drei, vier Monaten sicherlich die Schmusikatze haben, die sich jeder wünscht. Und dann können wir die Schmusikatze haben, die Schmusikatze haben, die sich jeder wünscht. Und dann können wir die Schmusikatze haben, die sich jeder wünscht.